Ihr Landesfeuerwehrrat, Senatsrat Dr. Otto Wiedecek, ist eine jene Persönlichkeiten, die in meiner Ära als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfunktionär mich ständig begleitet haben und dahingehend ein großes Vorbild in vielerlei Belangen waren. Einerseits durfte ich in den jungen Jahren als Ausbilder an der Feuerwehrmann Zivilschulschule im Bereich Strahlenschutz mitwirken und da konnte ich die Fähigkeiten des Vermittlens dieser doch schwierigen Materie des Dr. Otto Wiedecek miterleben und wurde damit begeistert. Ich konnte miterleben, wie der Strahlenschutz in der Steiermark durch seine Tätigkeit, durch sein Engagement forciert wurde als Strahlenschutzbeauftragter im Landesfeuerwehrverband. Viele Thematiken in der Steiermark in diesem Bereich Strahlenschutz wurden dahingehend umgesetzt und auch über das Land hinaus auf Bundesebene. Ich denke, dass Otto Wiedecek ein hervorragender Kamerad, aber auch ein großer Lehrmeister ist. Vieles auf dem Sektor der Lehre trägt seine Anschrift im steirischen und im österreichischen Feuerwehrwesen. Und umso erfreulich ist es für mich, dass nunmehr eine der höchsten Auszeichnungen, die Pro Merito-Medaille in Gold am Bande für Dr. Otto Wiedecek zur Verfügung steht und ihnen überreicht wird. Dazu gratuliere ich auf das Herzliche und wünsche alles Gute für die Zukunft.